Immer mal wieder kommt die Frage, Freddy, was ist denn jetzt los mit dir? Früher bist du auch immer um die Häuser gezogen. Und jetzt hast du ein Haus und einen Garten? Na klar bin ich ruhiger geworden, ist auch okay. Solange es nicht ruhig um mich wird. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Ich bin wirklich ruhig um mich. Ich bin wirklich ruhig. Ich bin sehr ruhig.